Ich stehe jetzt hier mitten in Kathmandu, im Hof einer kleinen Teppichmanufaktur. Kathmandu ist die Hauptstadt von Nepal und Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Neben dem Tourismus ist die Teppichindustrie eine der wenigen Möglichkeiten, Arbeit zu finden und eine Familie zu ernähren. In allen Ländern mit einer hohen Armutsrate ist Kinderarbeit ein grassierendes Problem. Eine der wenigen wirklich effektiven Methoden, dieses Problem zu bekämpfen, ist der faire Handel. Wenn man so einen fair gehandelten und zertifizierten Teppich kauft, verschönert man nicht nur sein Zuhause, sondern hilft auch den Menschen, die hier in den ärmsten Ländern der Welt in der Teppichindustrie arbeiten, ein besseres Leben zu führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017